Hallo, was machen Sachen? Ja, hat ja super geklappt mit dem regelmäßig Videos hochladen. Ja, momentan bin ich von so einer Letharie getroffen, ich weiß auch nicht. Vielleicht immer noch Nachwirkungen von einem stressigen November und Dezember, der war ja halt, ja, anstrengend. Ja, könnte auch daran liegen, dass ich, um mich selbst zu motivieren, tatsächlich viel im Stream mache und das Internet momentan so sagt, nope, nicht vorhanden, für dich heute nicht. Lustig war der letzte Stream, wo innerhalb von fünf Stunden sechs Mal der Stream abgebrochen ist, teilweise für fünf Minuten und dann ein neues Stream gestartet wurde, das war echt weird. Die ganz kurzen Streams habe ich tatsächlich auch gelöscht, ich habe die stündlichen einfach online gelassen, das war echt nervig. Ähm, ja. Und, äh, apropos nervig, ich dachte mir, wir wollen eigentlich was lustiges erzählen, sagst du, ne, eigentlich nicht, vielleicht mal was wahnsinniges, sollst du mal gefallen. Ja, könntest eigentlich drüber reden, wie deine Ausbildung so verlaufen ist. Ich hatte ja eine Einzelhandelskauffrau-Ausbildung gemacht vor ein paar Jahren, wie ich jünger war, wie gemacht. Ist jetzt auch fast zehn Jahre her. Ja, schon, bin so alt, egal. Ich habe eine Einzelhandelskauffrau-Ausbildung gemacht, sprich, halt erst zwei Jahre Verkäufer und den Einzelhandel hinten dran. Und, ähm, ja, darüber will ich einfach mal reden, weil das war schon echt der Wahnsinn, was da alles so abgegangen ist, allein von der Schule. Einfach nur ein bisschen Hintergrund. Ich hatte die Ausbildung über die IBS, das ist eine Institution von Arbeitsamt und so. Ich blick da jetzt momentan nicht mehr durch, das ist schon ein bisschen her. Sprich, äh, meine Ausbildung wurde halt nicht komplett von meinem Ausbilder getragen, sondern größtenteils vom Staat, vom Arbeitsamt oder wer auch immer das jetzt bezahlt hat. Ich blick da nicht durch. Irgendeiner hat bezahlt, aber ich war es nicht. Ich habe Geld gekriegt. Wenn auch nicht viel, weil es halt wieder so eine, über das Arbeitsamt-Maßnahmen war, habe ich halt verdammt wenig gekriegt. Aber nichts zu trotz, ich hatte in meiner Ausbildung, das war zu der Zeit halt schon mal, ja, ich habe immerhin irgendwas gehabt nach der Schule. Nachdem ich die Alicen-Schule abgebrochen hatte, ich hatte erst geplant, Sozialassistenz zu machen, dann gemerkt, ja, eigentlich, nee, doch nicht. War dann so, ja, Sozial ist jetzt doch nicht so mein Steckenpferd, machen wir was anderes, müssen irgendwas tun. Habe ewig lang gebraucht, um was zu finden, war dann froh, okay, machen wir halt Verkäufer, was soll's. Immerhin habe ich einen Laden gefunden, der ein Zofachladen ist, der halt keine Kette ist, der selbst alle Tiere züchtet, anschafft etc. Und halt, wie gesagt, keine Massenproduktionskette ist, sondern halt wirklich alles selber macht. Da war ich sehr, sehr froh drüber. Und ja, musste halt in die Schule, wie man das so macht. Das ist ja eine duale Ausbildung, sprich, man ist, in dem Fall war ich drei Tage im Betrieb, zwei Tage in der Schule. Und ja, zur Schule kommen war halt auch schon die erste Hürde. Man muss ja irgendwo dahin. Das war ja nicht bei mir, weil ich wohne in der Wette. Oh, hier ist Dorf an Dorf an Dorf und kommst irgendwie nicht wirklich weiter. Dementsprechend hatte ich doch ein bisschen längeren Schulweg, musste da hinfahren. Und ja, das war auch schon das erste Problem. Ich weiß jetzt die Uhrzeit nicht mehr aus dem Kopf. Wir können einfach mal sagen, um 8 Uhr hat die Stunde angefangen. Um 10 nach 8 kam der Zug an. Also alle Züge. Es gab ganze zwei Züge. Einer der kam von Gellnhausen runter nach Frankfurt. Der andere kam von Frankfurt nach Gellnhausen. Es gab nur zwei Züge. Die kamen auch ziemlich zeitgleich da an. Aber halt nach 8, so 10 nach 8. Und ja, die Lehrer haben nicht eingesehen, dass man sagt, okay, weil jetzt ein Großteil, 80 Prozent oder mehr, zu spät kommen. Das macht man, ja, okay, die 10 Minuten, das regeln wir anders da. Ihr könnt mit dem späten Zug kommen, um 8 oder 10 nach 8. Und keine Ahnung, wir machen 10 Minuten länger, dann halt zum Schluss oder so. Irgendwie sowas. Weil mir hat ja eh nur einen Lehrer gehabt, eigentlich zwei Lehrer. Wir hatten einen Klassenlehrer, der hat 80 Prozent des Unterrichts gemacht und dann gab es immer noch einen anderen Lehrer, der so Special Shit gemacht hat, wie Bilanzen und so weiter. Ich glaube, es waren sogar nur Bilanzen. Wir haben einen Lehrer gehabt, der hat nur Bilanzen mit uns gemacht, der kam extern. Den Rest hat der Klasselehrer gemacht. Ist auch verständlich, Verkäuferausbildung und Einzelhandelsausbildung ist jetzt halt nicht die schwerste Ausbildung auf der Welt, wobei auch Leute die verkacken können. Was mich wundert, da Verkäuferausbildung im Groben eigentlich immer nur Dreisatz ist. Wir haben zwei Jahre durchgehend Dreisatz gemacht. Man macht Prozentrechnungen und alles Mögliche, was du über Dreisatz rechnen kannst. Und nach zwei Jahren durchgehend Dreisatz können Leute immer noch keinen Dreisatz. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber es gab doch Großteil meiner Klassenkameraden. Die hatten entweder gar keinen Bock oder haben es nicht geschafft, Dreisatz zu rechnen. Die haben es immer nach zwei Jahren durchgehend nicht gekonnt. Ja, kann einfach sein, dass sie aber keinen Bock haben. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Das können auch das deutsche Schulsystem sein. Da kommen wir auch noch zu. Das dritte Jahr war grandios. Dazu kommen wir dann später. Wir waren ja eigentlich jetzt beim Ankommen. Sagt dem Lehrer, war das egal, dass der Großteil der Klasse halt, weil der Zug so spät kam, später da war. Ne, es müssen alle pünktlich um 8 Uhr da sein. Dementsprechend müssen alle eine Stunde früher fahren und fast eine Stunde da stehen und warten. Yay, super. Und das war halt, wie gesagt, Ausbildungszeit. Selten, dass da einer ein Auto oder sonstige Sachen hatte. Ich hatte da mit meinem Moped Luxus. Ich konnte mit meinem super schnellen Moped 25 kmh hinfahren. Ich habe fast länger gebraucht wie den Zug, aber dafür, dass ich keine Stunde warten musste, war da schon geil. Und ich konnte mein Moped, weil das halt so eine abgelegene Stelle war. Was auch so absurd ist, die Schule hatte zwei Gebäude. Ein Hauptgebäude, was irgendwie so auf einem Berg war, wo ich eigentlich ganz froh war, dass ich da nicht hoch musste. Aber ich hatte ja mein Moped, ich hätte ein Moped hochgefahren. Aber am Anfang musste ich, bevor ich das Moped hatte, tatsächlich, müsste ich diesen scheiß Berg hochlaufen. Wurde mir erspart, weil mir als Verkäufer waren wir so unwichtig, genauso wie die Friseure so unwichtig waren, dass wir nicht ins Hauptgebäude gekommen sind, sondern in so eine Ablagegebäude. So abstehend, abliegend von der eigentlichen Schule. Da haben wir da Unterricht gehabt. Das war dann halt auch wirklich so ein Gebäude. Ja, da war Putz an den Wänden und so. Es war halt, es stand ein Gebäude da, aber es sah halt schon aus, als wurde das längere Zeit nicht genutzt. Sagen wir es mal so. Es sah ein bisschen räudig aus. Da sind wir reingekommen, weil Verkäufer und Friseure sind ja nicht so wichtig. Braucht kein Mensch. Naja, dem auch sei. Wir mussten oft sehr lange warten, weil wir ja die zehn Minuten nicht zu spät kommen durften, weil wir müssen ja pünktlich sein. Das ist total bescheuert. Man hätte doch sagen können, ja, komm, zehn Minuten, fang zehn Minuten später an. Zehn Minuten, mach mal hinten dran länger oder so. Die zehn Minuten hätten es jetzt auch voll gebracht, weil dem sehr gehaltvollen Unterricht mit dem Dreisatz. Gut, wir haben auch zur Verteidigung ein bisschen Marketing dabei gemacht und ein bisschen Politik. Eigentlich haben wir einfach nur die Zeitung gelesen, aber es ist irgendwo auch Politik. Ja, war schon irgendwie räudig. Der beste Clou war dann mein drittes Lehrjahr, die Einzelhandel, wo dann halt die schon auserwählt quasi von den Verkäufern gekommen sind, weil sie Dreisatz rechnen können, die dann halt wirklich weitermachen können nach ihrem Verkäuferausbildung. Ich habe eine Klasse bekommen, wo man es eine sehr gute Idee gehalten hat, eine hochschwangere Frau als Klassenlehrerin zu machen. Wir erinnern uns, der Klassenlehrer übernimmt 80 Prozent des Unterrichts. Hochschwangere Frau, die war im sechsten Monat schwanger, wie das Jahr begonnen hatte. Ohne Backup-Plan. Man kann ja nicht irgendwie voraussehen, dass innerhalb von einem Jahr eine hochschwangere Frau doch tatsächlich das Kind kriegt. Wer hätte damit rechnen können. Naja, wir finden schon eine Lösung, wenn es soweit ist. Nichts kommen musste, war die gute Frau einen Monat da und dann war sie aufgrund der Schwangerschaft verhindert, weil es dementsprechend Komplikationen gibt, wie es halt passieren kann, wenn man hochschwanger ist. Keine Besorgung ist, dem Kind geht es wunderbar, hat alles wunderbar funktioniert. Sie war halt nur ein bisschen länger im Vorhinein unter Beobachtung, weil es gab anscheinend irgendwelche Komplikationen. Ich will jetzt auch nicht drüber eingehen, aber Kind und Mutter geht es gut. Kind ist jetzt auch schon im schulfähigen Alter und ist in, keine Ahnung, vierter Klasse oder so. Ja. Soviel dazu. Nicht, dass sich da einer Gedanken macht, dass da was passiert ist. Geht allen ganz gut. Nur, ja, deutsche Schulsystem halt komplett kacke. Und wir hatten tatsächlich das halbe Jahr, wo ich da war, ich hatte ja vorgezogen für mich, war das letzte Jahr nur ein halbes Jahr, weil ich quasi die Abschlussprüfung schon in der Zwischenprüfung gemacht habe. Einfach um dem Wahnsinn zu entkommen. Na gut, es war halt auch vorher schon angemeldet, aber wie gesagt, es ist halt auch nicht so die krasseste Ausbildung für Käufer oder Einzelhandel. Und ja, lustig war es dann, wir hatten eine Klasse ohne Klassenlehrer. Was macht eine Klasse ohne Klassenlehrer, die den ganzen Tag da ist. Wir hatten in einem Tag kamen für zwei Stunden oder, also für zwei, doch für zwei Stunden oder drei Stunden kam einer, der hat irgendwas anderes mit uns gemacht und dann hieß es halt wieder Freilauf. Ja, hingegangen. Es wurde immer kontrolliert, dass wir Anfang des Tages und Endes Tages da sind. Also sprich, irgendein anderer Dulli von irgendeinem umliegenden Klassenzimmer wurde verdonnert, hinzugehen, Notiz zu machen, so ein Klassenbuch, ist da, ja, 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 nein, ist krank, ja vielleicht, nein, weiß ich nicht. Und dann ist er gegangen. Und am Ende des Tages, so nach sechs bis acht Stunden irgendwann, kam er dann wieder und hat geguckt, ob noch alle leben und vollständig sind. Ja. Wen wundert's, es war so gut wie niemand in der Zwischenzeit da. Ich war einer der Dullis, die sich tatsächlich dann da hingesetzt haben und haben gezockt oder Mangas gelesen oder vielleicht eine Stunde gelernt. Ich habe der Stunde das Buch gelesen und dann habe ich halt gespielt und gelernt. Ja, hätte ich einen Laptop gehabt, hätte ich ihn wahrscheinlich auch mitgenommen. Ich habe zu der Zeit aber das Einzige, was ich tragbar hatte, war der DS und habe mich dahin geplätzt und habe gezockt. Was auch immer nice auf meiner Seite war, dafür, dass ich halt mich geopfert habe und mich hingesetzt habe und auf die Taschen aufgepasst habe. Nicht, dass noch einer in die Klasse kommt und die klaut. Bestimmt was zu essen gekriegt. Da hat mir immer jemand irgendwas mitgenommen. Mir waren die super. Ja. Ja, und das war jetzt meine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau. Es war sehr chaotisch. Es war echt weird. Ja, vielleicht hat es dem einen oder anderen gefallen. Ich werde vielleicht ein bisschen mehr über meine bisherigen Erfahrungen im Arbeitsleben reden. Ich habe ja das ein oder andere schon gemacht. Ich habe als Verkäufer gearbeitet, wer hätte es gedacht. Ich habe bei Lieferanumma ein bisschen gearbeitet. Ich habe jetzt in der Küche gearbeitet und da sind schon einige weirde Sachen passiert. Ich werde da vielleicht mal ein bisschen darüber erzählen, was so wie das passiert ist während meiner Arbeitszeit, weil nichts ist so grenzenlos wie Dummheit von anderen Menschen, mal ganz ehrlich. Aber dazu dann in den nächsten Videos, gerade wenn es um den Verkauf geht, gibt es sehr lustige Geschichten, was da so passiert ist in den paar Jahren. Ja, freut euch da drauf, wenn ich ein bisschen was von erzählen. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. HELLO! HELLO! Bis zum nächsten Mal.